Und ganz, ganz viele Spiegel! Nicht lachen, falten! Mein Carlos bleibt aber schön hier. Ich würde ihn viel zu sehr vermissen. Ehrlich, Mann? Ja, wer färbt mir sonst den Ansatz nach? Blustert meinen Pelz auf, kratzt mir die Hornhaut von den Fersen! Ja, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, auf eine neue Schule zu gehen. Aber Carlos, es gibt Hunde in Auradon. Oh nein, da gehe ich nicht hin. Und Jay geht auch nicht mit. Der Junge muss mir die Regale in meinem Lager auffüllen. Was hast du abgestaubt? Oh, eine Lampe! Dad, ich habe schon versucht. Ivi geht nirgendwo hin, solange wir diese Monobraue nicht los sind. Was ist los mit euch, Freunde? Die Welt zuckt bei eins zusammen, allein beim Klang unserer Narmen! Seit 20 Jahren suche ich einen Weg von dieser Insel runter. Seit 20 Jahren hindert man uns daran, Rache zu nehmen. Rache an Schneewittchen und ihren ekelhaften kleinen Männchen. Rache an Aladin und seinem Schwätzer von Genien. Geben wir die Schraps! Rache an allen hinterhältigen Dalmatinern, denen die Flucht aus deinen Klauen gelang. Oh, aber ich habe ja noch Baby. Den haben sie nicht gekriegt. Der Kleinste ist noch bei mir! Und ich, Maleficent. Die Böseste von allen. Ich werde dann endlich Rache nehmen können an dem verschlafenen Dornröschen und ihrem übereifrigen kleinen Prinzen. Bösewichte! Ja, ja. Unsere Zeit ist gekommen. Königin, gib mir den magischen Spiegel. Ja. Das ist dein magischer Spiegel? Ja, ist zwar nicht mehr so doll, wie er mal war. Sind wir allerdings auch nicht. Er kann aber helfen, Dinge zu finden. Etwa einen Prinzen? Etwa meine Talie. Etwa einen Zauberstab? Hallo! Hallo! Mein Zauberbuch, mein Buch. Ich brauche mein, naja, Buch. Oh, im Safe! Im Safe! Hey, Königin, hilf mir! Ich vergesse mal, wie das Ding aufgeht! Voila! Mein Zauberbuch! Komm, Schätzchen, komm! Das ist es. Hier funktioniert es nicht, aber dafür ein Auradon. Weißt du noch, als wir Böses verbreitet und Leben zerstört haben? Als wär's gestern gewesen. Und nun? Darfst du selbst etwas machen, worauf du einmal stolz bist? Wenn du haargenau das tust, was ich dir sage. Tja, jawohl! Okay, dann mischen wir den Laden mal auf, Leute. Carlos, komm! Komm, wer ist die Schönste im ganzen Land? Ich? Du. Ja, gehen wir. Also, wie lautet unser Mantra? Nur allein bin ich stark. Lauf jetzt, bevor mir die Tränen kommen. Meine Tasche. Ja. Dad! Ich komme!